Hallo und willkommen zurück hier bei Chaos on Deponia. Ja, wir sind im nächsten Kapitel. Ihr seht schon, Krawall-Goal ist mit uns. Und wir können hier von einem zum anderen Ort reisen. Da waren wir jetzt schon gewesen. Hier im Notpour sind wir grad noch. Ihr könnt einfach hin und her springen. Finde ich euch ganz cool gemacht. Es geht nicht. Guck mal eben, kann man hier noch? Achso, ich kann mal nur zurückgehen. Kann man auf jeden Fall noch irgendwie rumspielen, aber ja, mal gucken. Ich weiß schon, was wir jetzt machen sollten, genau. Also wir haben noch ein paar Sachen. Mal gucken. Diese Fackel passt... Alles, was jetzt... Und Phase 2 bis... Ich brauche Docs Hilfe nicht, um dieses Ding zu reparieren. Äh, nö. Andererseits kann er ruhig auch mal einen Beitrag leisten. Na gut, dann gehen wir zurück und geben das dort. Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwas reparieren. Eine Antenne und dann noch das Ding hier scheinbar. Hier, äh... Mal gucken. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Ein Lolli-Stiel? Sag mal, wird das im ersten Teil irgendwie... Naja, ich bin immer vorsichtig. Jetzt müssen wir das wieder montieren, aber... Ja, mal gucken. Wir wollen ja Goal irgendwie noch zum Opfer machen. Genau, die naive Goal sollte sich da mal hinstellen. Das ist süß. Okay, dann stell dich doch mal bitte da drüben hin. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ah. Ganz schön gewittrig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann... Dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du... Schnubbeldi-Bubbeldi-Wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-Schnupp? Genau, ähm... Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Hm. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki! Ach Mist. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ja, das hat man ja schon gemerkt. Äh... Die eine verlässt uns, die anderen kleben uns an den Fersen. Ich habe den Sender repariert. Wow! Gibt es auch etwas, das du nicht kannst? Tja, ich kann dich einfach nicht anlügen. In Wirklichkeit hat nämlich... Doc... Nein, warte! Ich glaube, ich kann dich doch anlügen. Dann kannst du ja doch alles! Ja, stimmt! Ich habe den Sender... Wow! Tja, nein, warte! Mir bringt das doch nichts. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Wie haben wir das denn schon mal gemacht? Ach, das ging doch schon mal irgendwie, meiner Meinung nach. Hey, Baby! Hast du mal Feuer? Oh! Warum hast du mich das nicht früher gefragt? Dann hätte ich doch niemals das Feuer ausgetreten, dass du in Bosos Maschinenraum gelegt hast. Ja! Das war ziemlich verantwortungslos von dir. Ach, sowas, sowas. Aber kann man sich nicht einfach mit hinstellen und dann, 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 ja? Ja! Das ist der perfekte Boden! Ah! Nein! Tja, tja, tja! Das hört mich grad wieder ein bisschen hier. Okay, mal gucken. Wir sollen das Ding doch einfach nur drauf platzieren. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super! Was wollen wir denn immer gut? Achso, das können wir hier anschließen, oder? Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen. Oder meine Zähne putzen. Oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Hehe, als ob. Ne, ich merk schon da 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 nicht. Aber können wir das jetzt hier wieder befestigen, ganz normal? Der fällt auch immer jedes Mal runter. Ach, dann wollen wir mal. Beziehungsweise sind wir schon im Blitz getroffen. Genau, das. Aua! Irgendwie, das war nicht. Mal gucken. Ich bin ja... Du... Nimm es dir nicht zu. Du bist ja auch kein Universalgenie. Ich muss eine unglaubliche... Unglaublich würde... Aber weißt du was? Ich schau dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Hm, genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Hm, super. Ah, okay. Schnell eins. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Äh... Ich hab ein... Na klar. Und jetzt? Hm. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Nee, irgendwas mach ich grad falsch. Ich hab auch nicht so wirklich einen Plan, was wir jetzt genau machen sollen. Hm. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Ähm, genau. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Die kennt doch jedes Kind. Ich kenn sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, ist ja nicht lieb. Das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch. Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt hab ich alles. Hä? Wovon redet ihr? Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ja, wir brauchen aber bestimmt noch einen Eimer. Ich merk das schon. Und, na, geh nochmal. Der war hier auch noch kaputt. Was brauchten wir denn dafür? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. So am besten mit Eis oder hat man nicht sogar Schnee mal gehabt? Naja, wir müssen mal gucken. Nein! Ach! Nein! Nein! Und wieder zurück! Ich hab fast zehn Minuten rumgelungert hier. Ach! Und man hat sich ja mit Babygirl unterhalten. Dü-dü-dü-dü-dü! Porta Fisco! Waren wir da noch nicht? Waren wir doch auch schon? Oh! Wir waren hier noch nicht. Okay. Ja! Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Ach, herrje. Ich guck mal eben über die Dings, die wir jetzt alles haben. Ach, ein Stromumkehrer. Äh, Umkehrer. Mal wieder. Brennendes Fass. Ach, das ist ja natürlich für unsere Fackel genau das, was wir brauchen. Und wenn wir immer die ganze Zeit noch brennenden Fackel rumrennen. Richtig geil. Oh! 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 Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt. Obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Gunn. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, bist du hier an der falschen Adresse. Keine Sorge. Ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och, nee. Och, bitte mach das nicht. Hey ho, Digga. Mach man ab in der Hood. Och, lass das bitte, ja. Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Ähm, genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Clochards. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber, 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 aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Oh mein Gott, Rufus, womit legst du dich da schon wieder an? Der Junge, der tut mir voll leid. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Äh, was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Äh, falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wunschschor von einem weggeworfenen Pflaster geknommen. Ah, was? Ich sagte falsch. Wie kommt man denn darauf? Wer essen Schuhe? Was? Na, Schuhe. Das weiß doch jeder. Anfänger. Bäh, Rufus und der Typ. Und, ah, Mann, ihr Leute, ihr seid so eklig. Wie kommt ihr darauf? Okay. Ich bin immer noch hungrig, oder? Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich habe wirklich, wirklich Hunger. Übertreibs nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh ist, erkläre ich dir später. Okay, wir gucken also weiter. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weißt doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Ah, den brauch ich. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Hat ihn einfach kaputt gemacht, der Arsch. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn ja ganz wegnehmen? Ja. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als, äh, als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das, das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Na ja. Freund. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Tchuh. 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 Und jetzt du. Tchuh. 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 schade du hast gar keine winter residenz das war sarkasmus du bist wohl ein blitzmerker okay nie wieder sarkasmus händer benutzen nämlich keinen sarkasmus wir sind ja jetzt unterwegs nachfragen kannst du mir etwas über portafisco erzählen klar was möchtest du wissen ganz wenig eigentlich nur wer wohnt in dem zelt das ist das zelt des seers ein erstaunlicher kerl man sagt er kann die zukunft voraussagen die kurse von grundstückswerten am immobilienmarkt kennt das schon mal nicht früher einmal war ein reicher mann es hieß er könne sogar lottozahlen voraussagen aber sein geschäft läuft wohl nicht mehr so gut warum hat er auf partnerberatung umgesattelt er gibt beziehungstipps warum nicht hat die idealen voraussetzungen dafür ein abgeschlossenes psychologie studium eine glaskugel verstehe das ist das also was wir noch brauchen für unser lotto experiment wie komme ich zur oberen aufstiegsstation gar nicht der organon hat alle wege zum aufstiegszoll abgeriegelt weißt du wo ich den geheimen unterschlupf der rebellen finde klar der eingangs direkt hier in der kanalisation ich meinte den geheimen unterschlupf ich kenne nur den hier ist portafisco nicht auch eine niederlassung des organon es ist sogar die zentrale hauptverwaltung ulysses hat sein büro direkt am aufstiegszoll der oberen aufstiegsstation seit jeher gehörte es zu den aufgaben des organon deponianern von den hochboten fernzuhalten nun ist nur noch eines und man munkelt es würde dem planeten schon sehr bald verlassen wer weiß vielleicht verschwindet dann auch endlich der organon aus portafisco dann würde ganz portafisco einen luftsprung machen mehr als du denkst bitte was beim gähnen verrenkt so langweilig fand ich die geschichte jetzt gar nicht ja sonst das thema wechseln dieser ort der prämiert mich irgendwie ja ja das kann ich gut verstehen mich der prämiert portafisco schon mein ganzes leben lang ja aber du bist nicht so wichtig warum ist es bei dir weniger schlimm jetzt bitte gehen ich richtig später denkt dran was ich dir beigebracht habe logen digger okay noch ein tipp niemand mag klug scheiße zu den schirm darf man erst wenn ich was knabbern gefunden habe es gibt auch direkt mal hier unten rein jetzt können hier rumspielen ist es das die ich kann noch ein bisschen erste klappe was für eine verschwendung daraus hätte man einen grandiosen fluchtapparat bauen können oder eine hochgeschwindigkeits käse reibe aber muss das öl vom generator noch rein was haben wir denn noch hier so das ist nicht der tank das ist einer dieser praktischen steckplätze wie man strom umkehrer einbauen kann verstehe verstehe komme ich denn jetzt diesel ja ich sag ja da kommen wir das öl ding das erstmal hier rein passt so ja bei öl noch fehlt noch und ja gut wir müssen uns erst das öl hören ich merke schon ist nicht so leicht dann gehen wir noch in das komische zelt komm rein rufus ich habe dich erwartet sehr gut mein ruf eilt mir voraus aber nicht doch die kristallkugel hat mir deine ankunft verraten und sie weiß sogar wie ich heiße tatsächlich hast du im vorzelt deinen namen gesungen aber egal du bist spät dran rufus ich wurde aufgehalten ja das habe ich ebenfalls vorhergesehen was genau genommen keinen sinn ergibt und noch was dass du mir die bananen klauen wirst werde ich dir sehr übel nehmen okay nehmen gehen bist du so eine art hellseher ich verfüge über das dritte auge ja aber ich praktiziere nicht mehr dann habe ich den kaffeesatz im vorraum vollkommen umsonst auf den teppich geschüttet ja die zeiten haben sich geändert wenn man heutzutage nicht auf einem scheiterhaufen enden will tut man gut daran düstere vorahnung für sich zu behalten darum habe ich auf partner beratung umgesattelt bitte was du hast vorhergesehen dass du schlechte zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die wahrsagerei aufgegeben aber aber nicht doch ich habe meinen job rechtzeitig an den nagel gehängt entsprechend werde ich auch niemals schlechte zeit vorhersehen und was nicht passieren wird kann man nicht vorhersehen ich habe allerdings vorhergesehen dass ich aus diesem grunde meinen job an den nagel hängen werde irgendwie wünsche ich mich geradezu docks zeit anomalien zurück ja so ein bisschen so die lottozahlen vorhersagen ich könnte auch komm schon war hat mit die lottozahlen nein also selbst wird es mir gelingen die welt zu retten die zukunft ist noch nicht geschrieben rufus außer in meinem tagebuch natürlich ich hab nächsten monat viel zu tun da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet ab ich den bauschen noch warum wohnst du in einem zelt meine kunden erwarten ein mystisches ambiente außerdem ist es praktisch im falle einer katastrophe kann ich all mein hab und gut innerhalb von minuten zusammenpacken was für eine katastrophe das gewirkte zeit ist in ständiger bewegung ein schleier liegt über der zukunft ungewissheit spielt nackt auf seinen bongos es gibt kein benzin für satin aus ketten säge was du lenken nicht ab was für eine katastrophe verdammt die wissen sie selber mehr oder weniger es soll ja die poli in die luft gesprengt werden so ich will deine bananen nicht du wirst sie mir trotzdem stehlen glaubt mir ja ich glaub es wirklich du machst jetzt partner beratungen ja aus irgendeinem grund sind die leute empfänglicher für schlechte neuigkeiten wenn es um ihre beziehung geht ich will dich nicht länger stören ich habe es anders gesehen es ist soweit der zeitpunkt des großen diebstahls ist gekommen wie vorhergesehen du unterschätzt mich ich kann dagegen ankämpfen nein nimm sie mit los füge dich deinem schicksal nein niemals na los nimm sie greift zu okay wir gehen erst mal wieder das denn hier noch wir kommen mal wieder zurück irgendwann jetzt erst mal den schirm noch holen hier ist ein banan viel mehr geklaut hat rufus schon wieder alle gefressen das sehe ich doch bestimmt irgendwo noch dann hier unter eine schale hingeschmissen du siehst hungrig aus bin ich auch du hast nicht zufällig was essbares dabei nichts passendes nein aber aber ist mir auch egal was es ist ich könnte gerade alles essen wie jetzt falsch du kannst eben nicht alles hände er will ihm schuhe geben natürlich fast vergessen ok wir gucken hier noch mal rum hier gibt es ja gar nichts weiter ich wollte auch gar nicht rum gucken aha der typ vom zoll diese reifen sind kaputt und langweilig wenn sie wenigstens brennen würden ja das lässt sich einrichten würde ich sagen was ist besser als ein berg aus reifen richtig ein berg aus brennenden reifen na das gibt mir ja schon aus den simpsons da war der nicht heiß oder so na gut das ist eigentlich ein brennenreifen ja oh mein gott wie cool was hab ich denn damit vor ok na gut wir sehen uns in der nächsten folge meine lieben wenn wir dann irgendwie wieder sachen machen also dann bis zum nächsten mal bei chaos on deponia ja 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 ja